Hallo, heute möchte ich euch das Neueste zeigen, was ich geschenkt bekommen habe. Weil viele, die mich kennen, die wissen ja, dass ich ein bisschen Meerschweinchen gestört bin, verrückt bin. Und jetzt habe ich es auch nicht schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz bekommen. Und zur Dekoration habe ich hier unseren Burnie dazu getan, der ja auch so schwarz-weiß-grau ist. Der da, finde ich, gut dazu passt. Und, jetzt komme ich mal ein bisschen näher, da steht dann oben, Dinge, die ich in meiner Freizeit mache. Meerschweinchen streicheln, Meerschweinchen-Videos ansehen, über Meerschweinchen informieren, über Meerschweinchen reden, an Meerschweinchen denken, tagsüber und in der Nacht von Meerschweinchen träumen. Ist das nicht ein tolles T-Shirt? Ich dachte, das muss ich euch mal zeigen. So, und das ist der Burnie, der durfte hier mit auf das Video. Also, was es nicht alles gibt. Es gibt nichts mehr, was es nicht gibt, sage ich immer. Also, nicht schwarz auf weiß habe ich jetzt, dass ich Meerschweinchen gestört bin, sondern weiß auf schwarz. Und meine Tochter hat das gleiche T-Shirt bekommen, die ja auch Meerschweinchen hat. Und im nächsten Video haben wir dann die T-Shirts angezogen und mal alle Meerschweinchen gibt es im nächsten Video zusammen. Und bis dahin sage ich euch Tschüss. Das war jetzt nur ein Vorgeschmack. Und ich sage Tschüss bis zum nächsten Video, wenn ihr Lust habt mit dem süßen Burnie. Sage ich euch Tschüss. Und Tschüss.